Moinsen Leute und ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil des Videos über Friedrich Schillers Vorstellungen, wie Theater sein soll. Im vergangenen Video haben wir bereits die ersten beiden Sätze aus dem Text, das Theater als moralische Anstalt behandelt. Darin fordert Schiller, dass das Theater die Aufgabe hat, die Freveltaten und Laster der Herrschenden vor dem Volk anzuklagen. Das Problem zu seiner Zeit war jedoch, es gab eine Zensur. Das heißt, jedes Theaterstück, das aufgeführt werden sollte, musste zunächst von einer Kommission dahingehend geprüft werden, ob es nicht irgendwelche Kritik am derzeitigen Fürsten enthielt, denn darauf standen die damals überhaupt nicht. Dies führte zu der Frage, wie Schiller seine Vorstellungen von Theater also umsetzen kann. Überlassen wir ihm selbst die Antwort. Das ganze Reich der Fantasie und Geschichte, Vergangenheit und Zukunft stehen ihrem Wink zu Gebot. Seine Quellen der Geschichten, die er von der Bühne herab erzählt, liegen in der Fantasie, der Fiktion, also der Erfindung, genauso wie in der Vergangenheit der Geschichte. Beides, sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit, sind Fundgruben für den Stoff, den er auf der Bühne zeigt. Kühne Verbrecher, die längst schon im Staub vermodern, werden durch den allmächtigen Ruf der Dichtkunst jetzt vorgeladen und wiederholen zum schauervollen Unterricht der Nachwelt ein schändliches Leben. Ein Autor besitzt damit die Macht, selbst die übelsten Verbrecher, denen zu deren Lebzeiten niemand etwas konnte, als Protagonisten auf die Bühne zu stellen, wo sie innerhalb des Dramas ihre verwerflichen Schandtaten nochmal wiederholen. Zum Erschauenen des Publikums. Ohnmächtig, gleich den Schatten in einem Hohlspiegel, wandeln die Schrecken ihres Jahrhunderts vor unseren Augen vorbei und mit wollüstigem Entsetzen verfluchen wir ihr Gedächtnis. Wie wir wissen, geschieht auf der Bühne alles nur fiktiv. Es wird alles nur vorgespielt. Die ärgsten Feinde sind im normalen Leben möglicherweise die besten Freunde. Somit sind auch alle Verbrechen, die Morde, die Demütigungen und Folterungen, die auf der Bühne gezeigt werden, lediglich gespielt. Weder sie noch die Figuren des Dramas können weder dem Autor noch dem Publikum gefährlich werden. Wenn keine Moral mehr gelehrt wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn kein Gesetz mehr vorhanden ist, wird uns Medea noch anschauen, wenn sie die Treppen des Palastes herunter wankt und der Kindermord jetzt geschehen ist. Bei diesem Satz irritiert der Verweis auf eine gewisse Medea und darauf, dass Kinder ermordet worden sein sollen. Wer war also Medea? Medea ist eine Gestalt aus einer der bekanntesten Sagen des griechischen Altertums, der Argonautensage. Argonauten, nicht Astronauten, die aus Rache ihre eigenen Kinder umbringt, wenn ihr mich fragt, ganz schön krank, die Alte. Und die ollen Griechen und der liebe Friedrich haben das wohl auch so gesehen. Sowas ist einfach ein No-Go, auch wenn es keine Religion oder Moral gibt, die sowas ebenfalls Kacke finden. Aber der Wirkungskreis der Bühne dehnt sich noch weiter aus. Schiller sieht neben dem Anprangen von Schandtaten noch eine weitere Aufgabe des Theaters. Und zwar dann, wenn sowohl die Religion, also die Kirche, als auch die Rechtsprechung sich zu gut dafür sind, mit bestimmten Menschen und ihren Nöten zu befassen. Das Glück der Gesellschaft wird ebenso sehr durch Torheit als durch Verbrechen und Laster gestört. Neben den bereits beschriebenen Verbrechen und Lastern der Mächtigen, sieht Schiller auch eine Gefahr in der Torheit, heute würde man sagen Dummheit der Menschen. Zu der Zeit, in der der gute Friedrich lebt, gibt es noch einen weiteren wichtigen Vertreter, der zwar keine Theaterstücke geschrieben, aber trotzdem eine ganze Menge gutes Zeugs gedacht hat. Immanuel Kant. Er ermuntert die Menschen, sich ihres Verstandes zu bedienen, nachzudenken über das, was sie wahrnehmen und sich ständig in ihrem Denken und Handeln zu verbessern. Im intellektuellen wie im moralischen Sinne. Und einen wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung spricht Schiller jetzt der Schaubühne, also dem Theater zu, indem sie den Menschen den Spiegel vorhält, damit sie über ihre eigene Dummheit lachen und solche Aktionen künftig vermeiden. Ihr habt es sicherlich schon messerscharf erkannt. Während Friedrich uns zuerst etwas von Tragik und Drama erzählt hat, bezieht er sich jetzt auf die Komödie. Okay, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Friedrich und Immanuel haben ein Ziel, die Gesellschaft und die Menschen zu verbessern. Dabei sieht Friedrich im Theater ein mächtiges Werkzeug, wenn es darum geht, den Menschen die Augen zu öffnen, sei es für die Freveltaten der Mächtigen oder für die eigene Dummheit. Während er aber seinem Spott über die menschliche Dummheit freien Lauf lassen kann, muss er bei seiner Kritik an den Mächtigen sorgfältig vorgehen und sich den Dramen der Figuren aus Geschichte und Fiktion bedienen, die zwar im Wesentlichen dasselbe tun wie die, die er anprangert, aber eben innerhalb einer Story, gegen die die Mächtigen seiner Zeit nichts haben können. Eine solche Darstellungsweise nennt man auch metaphorisch. So, und zum Schluss schauen wir uns noch an, wann der liebe Friedrich diesen Text verfasst hat. 1748. Und was passiert ein paar Jahrzehnte später in Frankreich? Richtig, es kommt zum Aufstand des Bürgertums gegen den Adel, bei dem dann in den Folgejahren etliche Köpfe rollen. Auch bekannt als Französische Revolution. Die Ideen Friedrich Schillers können also als eine Art Wegbereiter, als Zündstoff gesehen werden, der sich letztendlich in der Französischen Revolution entlädt. Manchmal braucht es eben etwas länger. So, Freunde, dies war jetzt das Video über die Vorstellung von Friedrich Schiller, was das Theater angeht. Im nächsten Video behandeln wir dann einen Kollegen von Friedrich, den Gotthold Ephraim mit Nachnamen Lessing. Macht's gut und bleibt dran! Wir sehen uns beim nächsten Video behandeln wir dann.